Nach der Filmaufstellung Teil... Nach der Film... Nach dem... Nach dem Theater. Teil 2. Hallo, weißt du was? Was denn? Hey, warum nervst du? Ich wollte nur fragen, ob du mein Freund sein willst. Ähm... Ja. Okay. Und magst du mich? Ähm, das Wort für Haare ist... Ist ein bisschen nicht so gut. Und meine Freundin? Nicht so gut. Aber sag mal, magst du mich wenigstens ein bisschen? Ja. Kannst du mir deine Nummer sagen? Ähm, 1 0 4 6. Okay, ich hab's eingegeben. Ich rutsche dich dann später an, okay? Ja, tschüss. Jetzt muss ich's weiter machen. Okay. Hey, ich geh da mal wieder. Freundin! Ich hab ihn bekommen! Ich hab ihn einfach... Ich glaub, dass... Weil der Juni... Der Telefon... Nein, komm, lass uns nach Hause gehen. Nimmst du den Freund auch noch was? Ja, natürlich. Ähm, soll ich für uns noch was holen? Was einkaufen? Ja, hier vorne. Hier vorne. Okay. Okay. Ein Donutsch, glaub ich mir hier. Ey, was haben sie da gemampft? Ähm, nix, nix. Das war nur von mir. Was ist da gerade runtergefallen? Nix, nix, nix. Da war doch gar nix auf dem Boden. Schnell weg damit. Ey, geh in den Müheimer. Mist. Schnell hier weg. Ey, was soll das? Hihi. Schwester, ich glaub, du musst sie holen. Es gab ein kleines Problemchen. Ach, was hast du denn schon wieder? Ey, ist das deine Schwester? Ja, aber... Sie hat nicht bezahlt. Sie hat einfach einen Donut geklaut. Ja, das seh ich. Oh. Dürfte ich die gratis haben für meinen Freund und mich? Weil sie hat... Ja, na klar. Aber vorher sollte man immer fahren, okay? Schatz, was willst du? Ich hätte gerne Vanille, bitte. Okay. Dann nehm ich Schoko. Ey, jetzt hast du meinen auch noch aufgegessen. Du bist unfair. Aber na gut, dann hol ich mir halt noch so eine... so eine Lolli. Tut mir leid, mein Freund hat meines aufgegessen. Mh. Hey, es war aber auch ein bisschen fies. Ich will auch einen Lolli haben. Nein, du hattest zwei von denen. Ich hole jetzt für uns alle ein Getränk. Also, so ein und so ein erst mal. Du kriegst Wasser? Ey, ich will aber eine Limonade. Nein, du kriegst Wasser. Ich krieg Limonade. Lecker. Mh. So, das war's dann. Wie viel kostet das? Das kostet dann, wenn die beiden jetzt... Warte, ich will mein Freund dir geschenken. Hier, Freund. Ruf mich an. Ja, ich rufe dich an, dann. Na gut, am besten. Ich rufe dich dann an. So, la, la, la. Schwester, wir können los. Das kostet dann... ...bitte acht Euro. Das tut mir leicht, aber wir hatten das leider nicht. Wir müssen schnell abhauen. Setzt euch alle hier hin. Freund, komm jetzt. Aber meine Mütze. Deine Mütze ist doch jetzt nicht so wichtig. Ah, jetzt habe ich sie. Leg den Ständer wieder hin. Ja, ich tue ja schon. Zehn Minuten später. Schwester, aber morgen müssen wir nochmal zum Friseur, weil ich bin wieder an der Haram. Ja, morgen ist auch einfach eine Hochzeit. So, ich meine, ich hatte schon. Er liebt mich. Ich glaube also, dass er mich liebt. Weißt du was? Ich glaube, er liebt dich nicht so wie mein Freund. Ja, genau. Ich liebe sie mehr, als dein Freund dich liebt. Ey, du warst vorher mein Freund. Also, hör auf damit. Ja, das stimmt. Aber trotzdem. Da es meine Freundin ist, kriegt sie so einen Hut auf. Schatz, wollen wir uns auf die Couch setzen? Ja, lass uns das machen. Darf ich meinen Hut wieder? Ja, gerne doch. So. Lass uns ein. Ah, Mann, ey. Immer kommt der gleiche Film. Irgendwie ist das langweilig. Na komm, Katzi. Auf dem Klo. Was soll ich machen? Soll ich meinen Freund anrufen? Soll ich meinen Freund anrufen? Und ich glaube, ich ruf ihn mal an. Hallo? Ja? Was ist denn los? Hast du vielleicht Zeit, vorbeizukommen? Ja, gerne doch. Also, wenn das für dich okay wäre? Ja, natürlich. Ich bereite auch Essen für uns vor. Na, das ist ja super. Okay. Kommst du dann so in 10 Minuten? Ja, ja. Okay. 12 Minuten später. Ach, Mann, wo bleibt er denn? Er ist schon seit 2 Minuten zu spät. Ich ruf ihn mal an. Vielleicht. Irgendwie geht mein Handy heute nicht. Ich glaube, ich ruf ihn mal mit meinem anderen Handy an. Ah, komisch. Irgendwie geht das nicht. Naka, warte. Ich versuche es nochmal. Mist, mein Handy ist kaputt. Och, Manu. Och, Mann, wo bleibt er denn? Schwester? Schwester? Was ist denn? Hast du noch ein Handy? Das funktioniert. Meine beiden Handys sind kaputt. Alter, echt? Wie kann man denn mit 2 Handys so schlecht umgehen? Warum brauchst du überhaupt ein Handy? Ja, ich will mein... Mein... Ach, wie soll ich sagen? Meinen Jungen anrufen und mit ihm abhängen. Ich habe halt einen besseren Freund. Hör damit auf. Es war vorher eh mein Freund. Also... Na gut, ich habe noch eins für dich. Danke, Schwester. Das war echt nett, dass du mir dein Handy... Ich mach's gerne doch, aber jetzt lass uns in Ruhe. Wir wollen einen Film anschauen. Genau. Ach ja, ist ja schon gut. Ding, ding. Schatz, wann kommst du denn endlich mal? Übrigens, du brauchst mich nicht schatzen. Wenn, dann bin ich nur dein Freund. Dein Halbfreund. Richtiger Freund nicht. Ähm... Was? Wie? Richtiger Freund nicht? Noch nicht. Vielleicht. Na gut. Aber wann kommst du? Ich sitze noch im Stau, aber ich komme gleich. In 5 Minuten bin ich da. Okay. Hm. Warte kurz. Irgendwo erkenne ich doch das Geräusch. Das war doch mein Freund, aber... Es kommt doch nicht aus der Musikbox, oder? Warte, ich geh mal hier hoch. Nein, das kommt nicht. Auf jeden Fall nicht hier. Ding, dong. Oh, es klingelt an der Tür. Oh, hallo. Hallo. Darf ich die auch mal spielen? Ja, gerne doch. Hm. Du spielst sie gut. Eigentlich fast genauso wie ich. Ich habe uns was mitgebracht. Cool, und ich habe schon mal Essen für uns fertig gemacht. Na, das ist ja super. Ey, setz dich nicht auf meinen Schoß. Oh, jetzt sind die hier da. Gar kein Bock. Ich dachte, wir können... Können... Meckern die schon wieder rum? Ja, ja, die sind immer so... So, ich habe uns ein Kakao gemacht und ein Stück Kuchen. Oh ja, das ist genau mein Geschmack. Na, das ist ja super. Ich dachte mir das schon. Und wenn, dann hätte ich da nicht Pech gehabt. Zum Glück hat das nicht gehört. Hm, der schmeckt wunderbar. Wo hast du den geholt? Ähm, den habe ich gekauft. Das muss ich gleich nehmen. La, 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 la. So, trinke ich mal mit Kaff... Mein... Ich wollte schon Kaffee sagen. Mein Kakao aus. Lecker schmecker. Ey, könnten wir eigentlich auch mal Fernsehen gucken? Ähm, ja, da muss ich dann nur kurz mal sie fragen. Warum ist doch deiner? Naja, das ist von meiner Schwester und mir. Das Haus, deswegen... Kaufst du dir irgendwann auch... Ja, ich bin halt schon am überlegen. Aber ich weiß es halt noch nicht so genau. Weißt du? Okay. Okay, ich muss dann mal abräumen. Soll ich dir helfen? Nein, brauchst du nicht. Ach komm, ich helfe dir. Okay, danke. Schick ich nett. Ey, die stehen sich ja wirklich nah aneinander. Liegen die sich etwa mehr als wir? Ja, du kannst aber auf meinen Schoß setzen. Oh, danke. So, la, 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 la. Ähm, bitte nicht so nah. So, der Teller muss hier rein. Und die Tasse muss hier rein. Darf ich denn das Wasser hier behalten? Gerne, doch, ich sehe schon, du hast da oben eins, aber kannst du haben. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Gut. Ja, klar. Ja, klar. So, wir müssen mal ein Foto machen, okay? Okay, lass uns das versuchen. So, ich halte die Kamera. Oh, jeez. Guck mal, das ist dein Foto, setz dich mal zu deinem Foto. Ja, genau. Und das hier ist mein Foto. Das nehme ich auch in die Hand. Darf ich das mitnehmen? Ja, gerne, kannst du mitnehmen. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao. So, und jetzt ist er schon weg. Und, ähm, ich pflück mal kurz hier. Oh, das Bild ist so schön geworden. Ich mach's mal hier hin. Lecker, Tomaten. Ich ess einfach alle Tomaten auf. Jam, 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 jam. Bezieht es die Schwester? So, sie, meine Schwester sieht's so glücklich nicht. Aber ich kann hier nochmal, dass sie alles schön wächst und nochmal gießen. Dann wachsen die auch ganz schnell wieder nach. Es ist jetzt aber schon nachts geworden. Ich glaub, dein Freund muss jetzt zurück. Schwester, dein Freund muss weg. Ja, stimmt, ich muss gehen. Tschüss, Schatz. Tschüss. Und am Ende. Wo willst du schlafen? Auf der Couch oder oben? Ähm, ich will natürlich oben im Bett schlafen. Ey, ich wollte schlafen. Na gut, dann schlaf ich auf der Couch. Ach, gute Nacht. Kann ich noch einen kleinen Film schauen. Wechseln wir den mal aus. So. Und gute Nacht. Und gute Nacht, Schwester. Gute Nacht. Und Ende. foods ist nicht wirklich eine Rolle. Und da. Ich bin...